Willkommen bei profischnapp.de. Ein zierlicher Hochlehner habe ich jetzt für Sie, und zwar von Billy Schillig. Das Modell heißt, muss ich schauen, weiß ich nicht auswendig, weil es neu ist, 130,34, eine Eckgarnitur in Leder Z69, 27, blö. Die Maße links davor stehen 2,65, also die lange Seite und die kurze Seite 2,12 Meter. Was ist hier zu sagen? Nun, ein Hochlehner, der leicht wirkt und auch nicht viel Platz braucht. Unten sehr offen, toller Sitzkomfort, muss man echt sagen. Mittelfest, ich sitze richtig ergonomisch drin, nicht zu viel Sitztiefe. Eine Sitzgarnitur, eine Garnitur zum Sitzen, nicht zum Lümmeln, nein, zum Sitzen. Ich kann natürlich auch hier liegen, logisch, aber die Garnitur ist explizit eine Sitzgarnitur. Sie haben zwei breite Sitze hier, die Ecke, hier nochmal einen etwas schmäleren Sitz und den praktischen Anbauhocker. Kompakte Maße, tolles Longlife-Leder. Z69 mit leichter Wölkung, bei dieser Farbe kommt das nicht so stark raus. Und ein Einzelstück, eine Mustergruppe, diese wurde gefertigt, um intern begutachtet zu werden. Ich denke, es ist ein neues Modell, vielleicht für Holland. Die mögen das so zierlich. Und die Kopfschütze ist sensationell. Also wirklich, die ist fest integriert. Ich sitze hier hervorragend. Mein Rücken wird absolut geschont. Hier ist eine Ausformung drin. Top. Hat die Entwicklungsabteilung von Schillig wieder top gemacht. Gratuliere, Jungs. Also, wer schnappt zu? Wer will sowas? Ich denke, ein E-Paar 50 plus X mit hohen Ansprüchen und nicht so großen Räumen. Da ist die 130-34 das Richtige. Dann schnappen Sie zu. Dankeschön und Tschüss. Oder kommen Sie hier nach Empfingen. Ciao, ciao. Ihr Lutz Reinhardt.